Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Trader Talk. Heute darf ich mal die Einführung machen für unseren Talk. Und zwar möchten wir ein Thema aufgreifen, was wir von euch bekommen haben. Und zwar sollte man sich nur auf eine Strategie Handelsansatz konzentrieren oder zwei oder mehrere Handelsansätze verfolgen. Spannendes Thema werden wir jetzt besprechen. Super, danke Markus für die Einführung. Also du darfst ja bald das öfter machen. Also das klappt bei dir besser als bei mir, als bei meiner Meinung, oder? So, und tatsächlich ein spannendes Thema, weil wir haben immer wieder Coaching-Darnehmer, die sagen, du, ich habe jetzt schon einen Trading Ansatz, wo soll ich den weiterverfolgen oder nicht? So, dann haben wir Beispiele wie Philipp, der parallel viele Ansätze verfolgt. Beispiele wie wir, die nur einen Trading Ansatz verfolgen. So, deswegen denke ich mal vorab, gibt es hier keine pauschale Antwort, aber vielleicht mal wollen wir die Gedanken dazu äußern, was wir darüber denken. Vielleicht einer oder andere kann für sich entscheiden, was für ihn besser ist, ob jetzt mehrere Trading Ansätze oder nur einen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal auf die Vorteile gehen des einen Trading Ansatzes und werde beschreiben, warum ich mich auf einen Trading Ansatz fokussiert habe. Und innerhalb von diesem Trading Ansatz mir zweite Strategie, weil sie zurechtgelegt, die dafür sorgt, dass ich auf dem Gesamtkonto meine Diversifikation erreiche, mit einem maximalen Drawdown von 5%. So, und das Ding ist bei mir, so, aber es hängt natürlich von meiner Persönlichkeit ab, also ich kann mich nicht auf verschiedene Sachen gleichzeitig fokussieren, so, sondern ich fokussiere mich auf eine Sache, merke, dass diese Sache mein Hebel zum Erfolg ist. Zum Beispiel, ich habe mich für Futures Trading entschieden. Futures Trading ermöglicht mir, überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften und dank dieser Rendite habe ich ja geschafft, von 14.000 auf eine Million innerhalb von acht Jahren das Konto hochzutraden. So, das ist quasi, das ist meine Strategie, Vermögen aufzubauen. Und sie funktioniert für mich ganz gut. Deswegen mein Gedanke war, ich fokussiere mich einfach darauf, was gut klappt, was am besten klappt und versuche das zu maximieren. Deswegen gehe ich nicht auf die anderen Trading Ansätze rüber, sondern fokussiere mich noch auf einen Trading Ansatz und versuche in diesem Ansatz immer besser zu werden und immer bessere Ergebnisse zu erwirtschaften. Wie ist das bei dir, Markus? Ich denke, wir müssen jetzt hier einfach mal unterscheiden zwischen Handelsansatz und verschiedenen Strategien. Ja, also wir bleiben jetzt bei, du hast deinen Handelsansatz bei COT gefunden. Futures, ja, Futures, genau. COT-Daten und Futures Trading auf Tagesgeld. Genau. Verfolgst aber da zwei unterschiedliche Strategien. Wir haben ja die COT-1-Strategie und die COT-2-Strategie. Weiterer Handelsansatz ist, wie wir schon mal besprochen haben, Day Trading, dass man komplett was anderes macht. Also nicht mehr auf den Swing Trading Basis, sondern auf Day Trading Basis oder zum Beispiel dann auf Aktien zum Beispiel dann geht. Oder Missionen oder Missionen etc. Für mich persönlich ist es ganz einfach zur Diversifikation. Das ist mit Sicherheit sinnvoll. Aber grundlegend stellt sich für mich die Frage, bin ich erstmal mit einem Ansatz profitabel und einer Strategie? Und solange ich da nicht gut bin und nicht profitabel bin, sollte ich mich auf keine andere Strategie oder Handelsansatz fokussieren. Also ich muss erstmal meist in einer Disziplin werden, bevor ich wieder Schüler in einer neuen werde. Und das ist für mich eigentlich das Grundlegende in dem Ganzen. Erstmal eine Sache gut können. Wenn ich da drin routiniert bin und dann profitabel auch bin, finde ich es sehr sinnvoll für Diversifikation entweder eine weitere Strategie, wie zum Beispiel du das jetzt machst mit COT-2, zu ergänzen. Oder sich, wie es zum Beispiel Philipp gemacht hat, auf Day Trading dann zum Beispiel spezialisieren zusätzlich. Aber ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, was wir hier einfach unterscheiden müssen. Erstmal erfolgreich und profitabel in einem Ansatz werden mit einer Strategie und dann sich zur Diversifikation was anderes noch hinzunehmen. Ja, super Beispiel gebracht. Du hast das Gegenbeispiel gebracht von Philipp. Also Philipp ist nicht hier, aber mit Philipp haben wir Interview gemacht, wo er im Interview genau seine Situation beschrieben hat. Deswegen, ich beziehe mich auf das Interview mit Philipp. Und er hat dort interessanten Gedanken geäußert. Und zwar, wo er zu uns ins Coaching kam. Und er hat ja sofort zu die 1 und zu die 2 gebucht. So für zwei Jahre. Hat er mich gefragt, Max, wie soll ich jetzt mit meinen Strategien vorgehen? Also soll ich sie weiter handeln? Oder soll ich sich jetzt auf das Coaching fokussieren? Ich habe einen Ratschlag gegeben, dass er sich voll und ganz auf das Futures Trading fokussiert, weil wir haben hier begrenzte Zeit, zwei Jahre. Und wir möchten natürlich, dass er in diesen zwei Jahren maximale rausholt aus dem Coaching, dass er maximal unsere Infrastruktur nutzt, damit er die maximale Unterstützung von uns bekommt und profitabel wird. Und siehe da, das ist aufgegangen. Der ist letztendlich bei dem World Cup Trading Wettbewerb nur Platz 5 gewonnen. Und er hat das unter Beweis gestellt, was er bei uns gelernt hat. Super Ergebnis. Und danach, nachdem er quasi im Futures Trading nach Zootidat mit Swing Trading Variante routiniert geworden ist, hat er gesagt, okay, ich lebe hier auf Zypern. Swing Trading nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Viertelstunde am Tag. Und dementsprechend kann ich noch Day Trading machen, um einfach von meinen Skills, also von Trading Skills maximal zu profitieren. Und hat dann angefangen Day Trading. Und parallel weiß ich, dass er noch Optionen macht. Also der macht Optionen und dann quasi Futures Trading, Day Trading und Swing Trading. So, der hat aber das nacheinander gemacht, so wie du das gesagt hast. So, deswegen ist das zwar ein Gegenbeispiel zu dem, was ich mache, aber ein gutes Beispiel, dass man nicht alles gleichzeitig versucht zu machen und gleichzeitig auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, sondern alles nacheinander macht. Und dementsprechend so ein optimales Verhältnis für sich erarbeitet, also wie er dank verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Produkten, Diversifikationen erreicht. Aber nochmal, ich bin kein gutes Beispiel davon zu sprechen, weil ich es selber nicht mache. Ich habe meine Diversifikation erreicht. Ich bin geblieben bei einem Trading Ansatz. Nach wie vor bei Swing Trading Variante, was mir wenig Zeit kostet, weil wie gesagt, ich habe ja Insiderweg, ich habe Familie etc. So, und ich habe nur im Rahmen der ZOT Strategie quasi eine weitere Strategie zugelegt, die sich mit der ZOT 1 Strategie nicht korreliert. Also die sich von ZOT 1 Strategie so unterscheidet, dass ich meine Diversifikation erreiche und letztendlich habe ich mein Ziel erreicht, also mein Drawdown halbiert. So, deswegen, also in meinem Fall, wenn man mich fragt, ich bin Freund von einer Sache. Also auf eine Sache fokussieren, dort immer besser zu werden und letztendlich Futures Trading erlaubt solche Renditen, mit welchen wir Kapital aufbauen können. Und vor allem, wenn ich überlege, dass meine Aufmerksamkeitssekunde, die ich auf Futures Trading richte, erwirtschaftet mehr Gewinn als die Aufmerksamkeitssekunde, die ich quasi auf irgendeinem anderen Finanzprodukt lenke, was ich mir noch erstmal erarbeiten muss, vertraut werden muss, dann Trading Routine aufbauen muss, zum Beispiel ein Trading mit Optionen oder so. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch und letztendlich überbittet, dass die Rendite von Futures Trading nicht langfristig, also Optionen erwirtschaften eher weniger Rendite als Futures Trading. Und dementsprechend, meine Entscheidung war ganz klar, ein Trading Ansatz, so eine Frau, eine Strategie. So, das ist mein Motto. Ja, es ist interessant. Also wie gesagt, ich denke, hier gibt es jetzt auch jetzt mit dem Beispiel mit Philipp, keine einheitliche Aussage, die man treffen kann. Es liegt wieder individuell an jeder Person. Ich meine, du machst deine Diversifikation anhand zwei unterschiedlichen Strategien bei demselben Handelsansatz. Funktioniert ja super. Ich sehe es letzten Endes so, du kannst Auto fahren, Auto fahren muss man lernen, irgendwann mal steigt man ins Auto rein, es ist leicht. Das bedeutet auch lang nicht, dass du dein Auto auf der Rennstrecke fahren kannst oder in dem Gelände. Und das sind diese unterschiedlichen Strategien im selben Handelsansatz. Und das finde ich für mich persönlich auch sehr spannend. Also ich schaue mir jetzt nicht Aktienhandel an oder Dividendenstrategien etc. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich mir meine Trading Journal in die Hand nehme und da schaue, da gibt es immer noch so viel Verbesserungspotenzial und wie man die Strategien erweitern kann, auch zu den verschiedenen Phasen. Und so entwickelt sich dann auch wieder aus einer Strategie wieder eine neue, womöglich, ja, mögliche Strategie, die man dann ableiten kann und daraus entwickeln kann, um einfach hier auch die Diversifikation zu erreichen. Und da bin ich bei dir. Mir geht es da genauso, dass ich dann einfach aussage, ein Handelsansatz, den ich pflege und da mich auch weiterentwicke und da versuche, stetig besser zu werden. Ja, wie gesagt, das ist auch richtig so, meine Meinung nach. Also für uns funktioniert das wunderbar. Dennoch kann die Frage kommen, wir sollten diversifizieren, weil was ist, wenn es zum Beispiel das Futures Trading nicht mehr gibt? Ja, was ich daran nicht glaube, weil das erfüllt eine sehr wichtige wirtschaftliche Funktion, und das erlaubt den produzierenden, also den verarbeitenden Unternehmen, die Risiken für die Preisbewegung, also Preissprünge abzulagern auf die Spekulanten. Und die Spekulanten sind auch ein wichtiger Teil dieses Mechanismus, weil sie nehmen Risiken auf sich, ja. Und dementsprechend bekommen die Verarbeiter und die Produzenten die Preisstabilität, was sie benötigen für ihren Produktionsprozess. Aber dennoch nehmen wir hypothetisch, also es gibt Futures Trading nicht mehr oder so, so, was wäre dann? Und ich muss sagen, auch wiederum im Interview mit Philipp war ein interessanter Gedanke. Philipp hat gesagt, ich verstehe das Spiel mit Gewinnwahrscheinlichkeiten, so mit Erwartungswerten. Ich habe quasi die Skills, die Fähigkeiten, die ein Trader ausmachen, entwickelt. So, das heißt, ich fokussiere mich nicht auf einen Verlust oder Gewinn, gehe gleich nicht auf die Decke, wenn ich einen Verlust habe, verhalte mich souveränt in einem Drawdown, mache einfach weiter, habe die Kontinuität, habe die Routine. So, und wenn man diese Fähigkeiten entwickelt hat mit einem Finanzprodukt, dann kann man das natürlich übertragen auf ein anderes Finanzprodukt und dort auch relativ schnell erfolgreich werden. So, dementsprechend, meiner Meinung nach, wenn man einen Tradingansatz gut handeln kann und langfristig profitabel ist, klar, man kann auch mit einem anderen Finanzprodukt oder Tradingansatz relativ schnell profitabel werden und das auch professionell umsetzen, weil man weiß, worauf man es ankommt, damit quasi ein Gewinn auf dem Konto entsteht. Es sind nicht nur Strategien oder Finanzprodukte, es sind auch viele andere Fähigkeiten wie richtige Psychologie, wie Kontinuität, so wie Mindset, also mit richtiger Einstellung, und wie das Verständnis für Gewinnwahrscheinlichkeiten und für Erwartungswerten. So, und dementsprechend ist es auch logisch, dass man sich dann relativ, wenn man Zeit zur Verfügung hat und die Lust hat, dass man sich zusätzlich einen Tradingansatz erarbeitet, wird da relativ schnell erfolgreich sein, wenn man in einem Ansatz schon erfolgreich ist. Aber da gebe ich dir recht, wenn man parallel versucht, quasi in der Fahrschule zu fahren, gleichzeitig Rille zu fahren und dann Motorrad zu fahren und dann vielleicht noch mit Flugzeug zu fliegen und das alles an einem Tag, kann das einen verwirren eventuell, ja, und lieber macht man das nacheinander. Markus, hast du jetzt noch was zu diesem Thema, noch etwas, was wir hinzufügen können? Nee, letzten Endes ist es eigentlich hier schon auch besprochen, es ist immer so diese individuelle Ansicht, die man dann auch hat und wie passt es in seinem persönlichen Leben. Ob es sinnvoll ist? Ja, in meinen Augen definitiv. Man diversifiziert, es muss aber halt auch zu einem passen. Für mich als Beispiel, ich würde mir jetzt nicht mit dem Ansatz, was wir haben im Trading, jetzt mit dem Swing Trading, ich möchte mir nicht Day Trading zum Beispiel antun, was vielleicht, nachdem ja auch unser Handel marginbasiert ist, schon interessant ist, zu sagen, okay, Dividendenstrategie oder Aktienportfolio, damit man hier das diversifiziert ist, macht mit Sicherheit Sinn, aber für mich ganz klar nach wie vor die Aussage, erst meist in einer Disziplin werden und dann was Neues zu machen oder was Neues dann anzufangen. Das ist meine persönliche Meinung dazu, Sinn, ja, sehe ich dahinter, aber wie gesagt, das muss man halt berücksichtigen. Genau, mir ist eigentlich noch mal eingefallen, ich sehe auch die Gefahr, falls man zu schnell auf einen anderen Trading Ansatz springt, so man verliert das Momentum, was man aufgebaut hat mit einem Trading Ansatz und man braucht ein gewisses Momentum, so, gewisses quasi aufeinander kumulierendes Wissen, kumulierendes Skills, ja, damit man sich weiterentwickelt in dem Trading Ansatz, was man hat und wenn der Fokus woanders gerichtet ist, dann wird die Geschwindigkeit bei dem ersten Ansatz kleiner, also man verliert das Momentum und dementsprechend dieses Entwicklungspotenzial, der wird kleiner und somit die Geschwindigkeit und bei mir quasi stehen auch verschiedene Produkte in Konkurrenz immer zu Futures Trading. Futures Trading schneidet immer besser ab, was die Renditeerwartung angeht, was jetzt Aufwand angeht, was Risiko angeht und dementsprechend entscheide ich mich immer für das Futures Trading und baue dort mein Momentum auf. Ich finde das ganz interessant, was du eben sagst, weil mit dem Momentum, das finde ich ganz gut, ich habe es ja vorhin gerade erwähnt, es steckt immer noch so viel Potenzial, auch wenn man selbst schon profitabel ist in einer Strategie, dass man sich in dieser Strategie weiterentwickelt und noch besser wird. Und da sehe ich, wie du sagst, auch so diese Gefahr, dass man sich in dem, was man macht, nicht mehr weiterentwickelt, sondern es einfach stehen lässt. Und ich glaube, da bleibt viel Potenzial auf der Strecke liegen. Und ich denke, wenn man einen neuen Handelsansatz mit dazu nimmt, muss man auch darauf achten, sich trotzdem in dem, wo man schon Meister ist, sich trotzdem da weiterzuentwickeln. Ja, das ist dann schwierig, weil man braucht dann viel Zeit für das Neue, das Neue ist interessanter, der Fokus fließt dahin, und man macht nur das Nötige bei dem Trading-Ansatz, mit dem man vertraut ist. Aber nochmal, ich denke mal, ein guter Filter für die Entscheidung ist, immer zu vergleichen, was sind die Renditeerwartungen bei dem neuen Projekt, also bei dem neuen Finanzprodukt oder dem neuen Trading-Ansatz. Und wenn die Meilensteine kleiner sind, oder selbst nur die Hälfte ausmachen von dem, was man jetzt bekommt, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, sondern man sollte einfach Momentum aufbauen, dem, was man macht. Und wie wir schon vorher angesprochen haben, wenn, sollte dieses Finanzprodukt wegfallen, hat man immer noch die Skills, die Fähigkeiten, die einen Trader ausmachen. Und egal welches Finanzprodukt, ein Finanzprodukt wird schnell scheitern. So, wenn die richtigen Fähigkeiten und Kenntnisse vorhanden sind, wird man auch in anderen Trading-Ansatz oder Trading-Ansatz relativ schnell profitabel. Also, ich denke mal, wie gesagt, das ist ein guter Hinweis, dass man immer vergleicht, was ist diese zusätzlich investierte, die Kunde wert, so in ein neues Produkt oder in einen neuen Trading-Ansatz oder in die bestehende Strategie, so und das miteinander vergleicht, ausrechnet. Und man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit immer feststellen, dass aktuelle Strategie, in unserem Fall Futures Trading nach CUT-Daten, einfach mehr Potenzial hat. Und man möchte dann nicht irgendwas anderes sich eineignen, sondern sich darauf fokussieren, was man bereits schon macht. und diesen Hebel nutzen, um das Vermögen aufzubauen und in den nächsten fünf Jahren mein Ziel von 1,5 Millionen auf 10 Millionen zu steigen. So und dementsprechend habe ich keine Zeit zu verlieren mit anderen Trading-Ansätzen oder Finanzinstrumenten. Ich habe hier mein Finanzinstrument, meine Trading-Schütte, die für mich funktioniert, die mir diese Renditen ermöglicht, zu erwirtschaften, damit ich mein Ziel erreiche. Ja, gut. Dann haben wir das Thema eigentlich ganz gut besprochen jetzt. Ihr kennt jetzt unsere persönliche Meinung dazu, möchten wir uns aber hier auch nicht darauf festlegen, dass es die perfekte Lösung ist, sondern es ist einfach unsere individuelle Meinung zu diesem Thema. Muss hier natürlich jeder für sich entscheiden. Diversifikation ist natürlich immer sinnvoll. Wie gesagt, wenn der aber, wie der Max auch sehr gut erwähnt hat, immer darauf achten, wo bleibt denn jetzt hier für uns am Ende mehr hängen. Wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, okay, ich habe ein großes Konto, ich kann auf diese Renditen verzichten, das ist nicht mehr mein Ehrgeiz, finde ich das auch in Ordnung, dass man sagt, man geht hier auch und setzt einen anderen Landesansatz an. Aber ansonsten sehe ich es auch so wie der Max. Fokus auf das legen, wo ihr schon gut darin seid und diese Strategie weiter ausbauen, sich da weiter zu entwickeln und noch besser zu werden. Ja, danke auch. Ich würde auch mein Schlusswort sagen. Also letztendlich das Resultat des Gesprächs oder was wir hier letztendlich sagen können, am besten weiterhin Futures Traden nach CUT-Daten als Swing Trading-Ansatz. Das funktioniert einfach wunderbar und man soll dabei bleiben. So, das ist ein gutes Schlusswort und ich denke mal, für uns als begeisterter Futures Traden nach CUT-Daten ist ja ganz normal, dass wir letztendlich zu diesem Schlusswort kommen. Aber wie der Markus schon gesagt hat, natürlich ist das sehr individuell. Jeder soll seinen Weg finden, also zum Erfolg und dementsprechend sind auch die Wege unterschiedlich. Wie wir sagen, an der Börse führen viele Wege zum Gewinn. Man muss seinen finden.